Ich muss ihn holen! Hier her, der große Start! Oh, scheiße, wo ist er jetzt wieder? Oh, Gott! Komm jetzt her, du Scheiße! Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Nein, nein, jetzt mal! Wo ist er? Oh, wo ist er jetzt wieder? Da ist er noch nicht, da ist er noch nicht! Oh, im mittelsten Feld, ey! Wahnsinn! Schaffst du das? Schaffst du das? Schaffst du das? Schaffst du das? Aber nur noch der Hammer bei uns! Also, ihr wisst schon, der Hammer! Nicht den anderen Hammer! Komm, Marta, merh dich aus! Komm aus der See! Ja, schön machst du das! Schön machst du das! So, der müsste es eigentlich schaffen! Oh, ja, wegen dem Scheiß den Feld, ey! Komm, reiß die Wünsche! Oh! Ich will nicht, dass wir jetzt eben gehen! Ich glaub, sie gehen um 9 Uhr hin! Ich bin ganz deutsch! Ich will nicht, dass wir jetzt nicht schweine fällen! Und, danke! So, da haben wir ja unsere Achsen mit, ne? Und wir kriegen ja morgen die Achsen schon! Na, schauen wir mal! Nein, das ist ja noch mal. Ich schaue mal, weil ich mich aus dem Winter abruhlen! Na ja, bleibt mir ja sehen, jetzt ist das wohl hier eine Pause! Also, also, ich... Ah, geht scharf! Mein Gott! Ich hoffe, es regnet morgen nicht auch! Ich hab' da nichts zu tun! Hätt'n wir nämlich nichts zu tun! Was? Neuigkeitenproblem? Äh, sollt'n sein, ja, das ist klar! Du auch, du! Dass ich da sowas brauche, aber ich hab' leider kein Geld, du... Schmuck! Du Elenor Schmuck, du... Ich hab' kein Geld dafür! No money in my pockets! I don't have so much Geld for a bustle! Because I am... ... Söder Farmer! And I... Keine Ahnung... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Naja... Egal... So, ich glaube, heute kommen wir ja nicht umsonter... Ne, da kommen wir uns umsonter... Ne, da kommen wir uns umsonter nicht! Das heißt, also, alles meint! Alles meint! Mein Schatz! Mein Schatz! So, naja... Die mal fallen, der Kärmer der ist nicht! Oh! Das ist so... Ich hoffe, ich habe das Wasser noch nicht raus, oder? Dann wird es heiß! Ich hoffe, ich habe das Wasser noch nicht raus. Oder? Dann wird es heiße! Gäste! Danke! Rudum. Das Mädchen ist dann gescheitig! So! Zwei Harten, eine... Gierbe, gierbe... Gierbe... Ach, danke! Muss ich so lange warten? Danke! Ah, Scheiße! Muss ich so lange, ich glaub kurz das Nummer kommt, so war's. Scheiße! ja ich will ich glaube ich hab mich gehofft der der auf dem stil der auf der der doch etwa 2 dauer was du erinnert der 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 so ein bisschen auch auf dem jahr an er ich habe schon so ein paar Jahre in der Nähe nicht nur neu abstand der Verbrauch er will aber sein auch wenn er auch ein Ja, das habe ich ja komplett vergessen. Ich hoffe, das finde ich voll. Der wäre ja am nächsten Tag schon fertig geworden. Gib mir den Haar. Tudu! Komm, verarzt du dich so mitnehmen. Ach, Schein hat er vielleicht nicht weggegeben. Was meinst du da, also nicht? Ja, ich erzähle dir was. Ja, vielen Dank. Also, na, ich brauche mich gar nicht. Der hat auch ein paar Beispiele auch, der... Schweinepester, du... Oh, guck mal, Schein, jetzt können wir halt sagen. Alles gut, gut. Wenn wir heute Baumstumpe empfangen und da... ...kann wir dann langsam ins Bauthaus bauen denken. Da eigentlich nicht mehr, oder ja. Oh Gott. So, also hier, jetzt sind wir schon guckbar. Ah, das geht dort denn weiter. Oh. Wahnsinn. Oh, naja. So, wenn wir jetzt nach hinten laufen und dann... ...klatsch. Klatsch. Schild verdrummert. Bank verdrummert. Bank verdrummert. Bank noch mehr verdrummert. Gartenzoll verdrummert. Gartenzoll verdrummert. Gartenzoll verdrummert. Ja. Oh ja. Das ist ja auch so. Das ist ja auch so. auch nicht so aus das Wort und hören der Verordnungsort jetzt kommen die Ausdruck reichert die Uhr ich denke auch umgebracht ja so gut wie geil wie geil kann man was denn das war ein Kostüm ja jeder kennt es eigentlich also muss dazu nichts erklären wenn ich war das war nur oder nicht war auch verdammt und dann war Prozent auch vergehen er sei auch erstmal Medizinreinler und schnapp auf dem Jahr das war ja aber es gibt mir wieder versauern wir sind ja wohl zu dem wenn er jetzt mal wurde ich habe dich hier noch nicht gesehen, ah, ich weiß, ich bin hier, ja, mir gehört die Futterform, äh, Geflügelform, so illegal, massenverblöhnungswerfung hergestellt, oder so, ich weiß nicht, 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 Prozent Hilder macht auch mal die Dior dort wird und die Stadt die Notfall da haben wir alle die allein nicht von vor so was wird nur Sonderkirche war an der Spaule auch immer gut oder 8 Uhr Ja, da kann die denn immer hoffen, weil ich dachte, die ging zum Saugen. Also, ein Gasto, das ist schon. Alter, siehst du denn das, meine abgemistete Puh-Scheiße hier? Bin der Panda-König. Bin der Drachenkrieger. Achtens Uhr? Kein Achtens Uhr? Nein? Oh, Scheiße! Man war denn da, oder, oder 9 Uhr? Der jetzt keiner rausgekommen. Kein Reise. Ich schiff mich sehr klein. Vielleicht ist es schon ein Gastro. 9 Uhr. 9 Uhr. Ich wusste es. Ich wusste, dass sie jetzt an Augen die Allgäu-Alkohol überwinden. Ich wusste, dass sie jetzt stehen auf Schmieren. Und mal lauen. Oh Gott. Das war mit ihm noch. Die Bullen sagen, stehen auf Schmier, ich muss mal lauen. Oh Gott! Manche machen das vielleicht. So, dann geht es natürlich jetzt. Ich mache. Mal. Da hin. Wie. Ja, eine Würste, eine Würste. So, da haben wir jetzt. Ja, wenn, da kann man gleich mal ein bisschen Kupfer. So. Von Herrn Luba auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jawoll. Der erste Schlag ist getan. Also, ja. Das Baum schon ist bewegt. Und da würde ich sagen, ich verabschiede mich hier mit dieser letzten Nacht. Also, ich bin jetzt fan gegangen und das war ein Liga voll. Dank der Aufnahme und wir haben die Kopfhaken endlich. Und ja, jeder, dann schaut wieder rein, wenn es weitergeht. Die halt in eine kleine Aufnahme vor allem machen und ja, nicht vergessen, schaut euch an, jetzt guck mal, und dann ist ein cooles Wettbewerb geworden. Du, das Game und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.